Work it harder, make you better, do it faster, makes us stronger than ever, ever after our work is never over. Work it harder, make you better, do it faster, makes us stronger. Hallo, willkommen beim Wikipedia-Spiel, liebe Leute, und ihr wisst ja bereits, wie das alles funktioniert. Wir suchen einen Begriff, und wir müssen von Uran heute ausgehen und suchen über diese kleinen blauen Dings den Begriff Honig. Honig, genau, und dann würde ich sagen, brauchen wir jetzt gar nicht lang rumzureden. Alles klar, der Honig. Halt die von. Mann. Na, dann fang an, Mann. Ich seh schon, wie ich's schaffe, aber. Ich seh schon, wie ich's schaffe, aber, wie ich den Honig euch an die Backe klebe, ey, das seh ich schon jetzt schon, ey. Ähm, Graskopf startet sich neu. Ja, ich führe übrigens immer noch mit 2 zu 0 zu 0. Angeber. Ich würde sagen, ich würde sagen, 3, 2, 1. So. Dö, 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 dö. So, ich mach einfach hier und, äh, Wumm, bumm, bumm. Oh, ich glaub, ich bin schon mal... Bin irgendwie falsch, ich bin bei Lothar Meier. Hahaha, Lothar Meier? Bei Riotensystem bin ich. Ähm, und... Okay, ich glaube ich, bin schon mal... auch so machen dass wir sind ja jetzt zu dritt so der erste kriegt sagen noch mal drei punkte der zweite zwei und der letzten endpunkt meinetwegen und dafür dass dann ich bin bei glas definition eigenschaften wo ist ja mal hier die die verwendung von glas aber der zwei ein zweiter weißt du es gibt keine verwendung von glas auf der leute schafft man keinen zweiten platz ist es ja wer schafft es weiter in suchbegriff das ist auch in zukunft da dauert zu lange ich bin weitere artgerechtes leben technik chemie biologie wissenschaft oh ich gehe mal über wissen vielleicht was rauskommt ja tierische produkte honig ich habe gewonnen leute also willst du mich verarschen du bescheißt doch alter das video angucken okay ich bin auch ich muss sagen ich bin hier ziemlich ja nicht in der nähe nicht in der nähe mal sagen wie ich den weg gehabt habe ich bin über humanitär auf tierschutz dann auf artgerechte haltung auf tierische produkte und auf honig aber ja aber wie findest du denn das so schnell das geht doch gar nicht ich meine jetzt was war das allererste worauf du gegangen bist hatte mal ich kann dir den gesamten weg sagen ist ja nicht so viel obwohl ich bin über napoleon bonaparte über erstes kaiserreich französische revolutionen vereinte nationen humanitär tier schutz weiter alter das ist rekord aber ich meine jetzt war wirklich napoleon bei den uran ja davor weil ich kann es dir jetzt nicht genau sagen ich könnte jetzt noch mal weiter gucken ich habe ich habe das erste würde mich interessieren worauf du gegangen bist ich bin als erstes auf isotop gegangen dann auf chemisches element periodensystem lothar meyer weißt du ja deutscher bund und dann napoleon und dann ging es richtig rund und dann war ich jetzt hier schon bei monik also ich werde nichts sagen aber das ist weltrekord was ich hier schafft gerade okay ich bin bei frisur hätten wir noch frisur genommen okay dann würde ich habe gar nichts ich bin bei glas seid ihr scheiße für diese folge schon wieder 3 zu 0 zu 0 würde ich sagen und alter da können wir doch gleich noch irgendwas suchen alter ist eine aufnahme weil ich finde mein rekord sollte hier mit festgehalten werden und ich sage damit tschüss leute bis zum nächsten mal ich hoffe es hat euch spaß gemacht wie ich euch ja also ich spiele nie wieder ihr schweiner alter ich bin bock mir auf die scheiße alles geht gar nicht ja dann bis zum nächsten mal haut rein ja macht's gut leute alter bis zum nächsten mal so